Was gavt ihr so? Habt ihr Bier oder Med? Ja. Guter Hund. Ihr seid neu hier, also schone ich euch noch. Aber verscherzt es euch nicht mit mir. Wenn ich mich über euch ärgern muss, spiele ich euch einen Streich. Und nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Bist du's? vague la northeast. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihr schlagt euch wacker, aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kämpft mit uns, dann habt ihr etwas zu erzählen Kommt nach Javasca, wenn ihr als Kämpfer etwas auf euch gebt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es liegt Frost in der Luft, die Kälte wird meiner Ernte nicht guttun, tut sie nie resolutions Essential ist ein sehr guttun, tut sie nicht guttun, tut sie nicht guttun, tut sie nicht guttun, tut sie nicht gut utan... Örliches Geld für ehrliche Arbeit Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit Ihr solltet mal Gemüse bei Carlottas Stang kaufen – das meiste davon stammt von meinem Hof Ja? Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Dieser Krieg ist genauso dumm wie unsere Fede mit der Graumähnenfamilie. Ja. Braucht ihr etwas? Im Gegenteil? Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Na dann, zurück an die Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020